Musik Hallo, hier ist Maja Böttcher, die Kinderreporterin und hinter mir ist Marit Larsen. Was möchtest du in deinem Zeitpunkt machen? Das ist eine sehr komplexe Antwort, aber ich liebe Musik zu spielen. Wenn ich nicht zu spielen, ich höre auf Musik und gehe zu Konzern. Ich liebe auch Rennen, Schokolade, Yoga, Filme, gehen zum Film. Ich liebe das. Sind Sie nervös, wenn Sie auf der Ebene gehen? Manchmal bin ich nervös. Ich war mehr nervös als früher, als ich ein bisschen jünger war. Aber ich werde immer wieder nervös. Wenn ich ein Kold habe, wenn ich schlecht schlau, wenn es viele Leute ist. Aber ich weiß nie, wann ich nervös bin. Was sind deine Pläne für den Zukunft? Ich werde... Erstens, wir fahren mit meinem neuen Single, Don't Save Me. Dann werde ich ein neues Album machen. Ich werde noch mehr Songs schreiben und ein neues Rekord machen. Okay, danke. Tschüss. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020